Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ziehscheiben-Guides im TKP. Wir fahren jetzt hier diese dicke Belagerungsmaschine. Sie hat ca. 2 Millionen Leben und ist One-Head für alle Opfer. Jetzt schauen wir hier, es überleben sich alle im TKP wieder, ich fahre los und brrrrrrrrm. Alles enttäuscht. Maximum Game. So, und weil die alle so doof sind, fahre ich wieder zurück auf meine Start-Position, drehe mich um und warte, bis sie sich kennen. Dadurch habe ich jetzt schon zwei Kontistoren-Stütte, ohne dass ich einmal gestorben bin. Einen Erfolg habe ich damit auch gewonnen. Vielen Dank. Weiter geht's. Nächste Runde, ich drehe auf mein Video und ich freue mich, bis sie alle super gut sind. Und Attacke, da sind sie wieder. Und da fallen wir alle den Berg runter. Haha. Oh, da ist ein Mage der Bestellen. Bum. 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 Bis zum nächsten Mal.